Heute möchte ich mal zeigen wie man solche schönen Körpfen fängt. Eine sehr einfache Methode besteht sich aus einer freilaufenden Blei, wie man sehen kann. Das ist eine sogenannte Floatstop und einfach eine Schleife zu einem 30 cm Vorfach. Einfach ein Pelletband, 8 mm Pelletband mittig. Auf den Pellet beziehen. Also heute kein Grundfutter oder irgendwas. Einfach, ich zeige euch mal gleich, einfach nur kurz auswerfen. Nur senken. Das Futter, einfach 6 mm Pellets, so circa 10 Stück für jede paar Minuten. Den Bauchbeindruck an. Ziemlich praktisch. Ziemlich einfach in der Montage, weil jetzt gerade ein Bist dran. Einfach aufheben, braucht ja nicht anzuschlagen oder irgendwas. Einfach eine gute Aufheben. Wenn man die Route flach hält beim Drill, dann kommen die Fische schneller nach oben. Wenn man die Route hoch hält, logisch, die wollen ja nach unten. Kurz vor dem Kescher kann man die Route langsam hoch bringen. Am besten die Kescher zwischen den Beinen zu halten. Man kann den Fisch nicht beschädigen. So schnell kann man solche Yoshis an Land ziehen. So beim Auswerfen einfach ganz normal, ganz locker leicht. Und dann in Schnurr bremsen. Kurz, wo man angeln möchte. In diesem Fall so circa 18 Meter. Mit dem Schleuder. Sofort hinterher. Einfach überherschießen. Und einfach warten. Man muss ja nicht unbedingt auch die kleine zittrige Bissanzeigen anhauen oder irgendwas. Einfach warten, bis die Route sich krumm liegt. Und dann im Prinzip das gleiche wie bei Meffitt Federfischen. Angeln. Die Fische hacken sich von selbst. Da muss man ja nicht unbedingt viel machen. Ist auch ziemlich sinnvoll, wenn man die Bremse vorne ein bisschen ablockert. Logisch, die ziehen und dann ziehen und ziehen. Deswegen habe ich auch keine Schnurrclip dran. Nicht so wie beim Method Coop oder so. Ich weiß halt circa ungefähr, wo ich hangern will. Weil ich treffe ja jedes Mal das gleiche Punkt mit dem Schleuder. Dann weiß ich auch genau, wo sich das Köder sich befindet am Grund. Immer wichtig, jede Minute oder zwei Minuten einfach die Pellets hinterher schießen. Ich führte ja mit 6 Millimeter Pellets. Verschiedene Farben. Ich glaube da zwei verschiedene Sorten drin. Und dann, wie gesagt, das Köder. So ein 8 Millimeter. Schon wieder eine dran. Das ist immer eine gute Sache, wenn man so eine weiche Wut hat. Wie man sehen kann, die wiegen. Weil die Karten ziemlich stark zurückziehen. Wenn die Wut zu steif ist, dann kann irgendwas brechen. Wenn man Glück hat, ist das nur in Vorfach. Wenn man Pech hat, die Wutte. Da ist er. Das ist eine parabolische Aktion. Viel Spaß und... Bitte her! Ich habe viel Spaß gemacht. Du kannst, wenn du das nicht bezBO li Начen lassen.